So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading-TV von JFD Prokurs. Der DAX hat ja jetzt eine 200-Punkte-Korrektur vom Top hingelegt und trete dann knapp unter der 10.800er Marke. Doch bevor wir zum DAX kommen, möchte ich eben kurz zum Dow Jones Index was sagen. Gestern habe ich ja hier das Dreieck bzw. den Keil hier eingezeichnet und eben schon darauf angesprochen, dass hier jetzt natürlich schön wäre, dass der nicht nach oben ausgebrochen wird, sondern ein Fehlsignal stattfindet, dass endlich die Bullen auf dem falschen Fuß erwischt werden. Tatsächlich ist es dann eben passiert. Allerdings ist jetzt hier noch keine Verkaufsdynamik zu erkennen. Aber trotzdem die Tatsache, dass hier eigentlich der Weg nach oben offen gewesen wäre und die Bullen es nicht geschafft haben, definitiv ein neues Hoch bei 18.000 Punkten zu erreichen, ist jetzt ein kleiner Hinweis, dass vielleicht wirklich jetzt hier im Dow Jones die Rallye zu Ende sein könnte. Aber wie gesagt, hier ist auch noch wirklich definitiv noch kein Verkaufsdruck zu erkennen. Die wichtige Linie ist hier das letzte Tief, ein Verlaufstiefs und natürlich dann das hier unten. Aber im Moment kann man jetzt hier, habe ich jetzt auch noch kein neues Setup oder sowas erstellt, weil es zu wenig Aussagekraft im Moment dieses Chartbild hat. Kommen wir dann zum DAX. Zu diesem Trendkanal, wo oben die Begrenzung war, die Kursbegrenzung. Und hier sieht man jetzt, dass der Kurs unten exakt hier die Rainbow-Oberkante touchiert hat und da eben dann bullisch abgeprallt ist, hier im Tageschart. Also von der Seite aus könnte es jetzt einfach auch hier vom DAX, könnte es hier weitergehen nach oben, also bisher bullisch. Im 4-Stunden-Chart hängt der Kurs aber noch unter dem Rainbow und unter dem EMA 10 und ist jetzt hier eben exakt nochmal herangelaufen. Im kurzfristigen Fenster habe ich noch eine Trendlinie eingezeichnet und der Abwärtstrend wurde eben, als ich die Meldung geschrieben habe, eben touchiert. Und davor wollte ich eben auf die gewisse Widerstände, also hier im Stundenchart eben eingehen, dass auf alle Fälle ein Widerstand eben bei 10.880 eben besteht durch den Rainbow und hier oben eben noch durch den Abwärtstrend. Also solange hier der Abwärtstrend im kurzfristigen Zeitfenster nicht durchbrochen wird, sind auch noch natürlich tiefere Kurse denkbar. Im 15-Minuten-Chart ist er eben auch an die Rainbow-Oberkante gelaufen, aber auch nicht ausgebrochen. Also auch hier kann eine Fortsetzung jetzt der Abwärtsbewegung möglich sein. Des Weiteren, hier noch in dem 30-Minuten-Chart, was da noch zu erkennen ist, ist eben hier auch definitiv, dass die Rainbow-Oberkante auch wieder den Kurs eben aufgehalten hat. Also hier ist eben das Fazit, solange diese Trendlinie nicht gebrochen wird, könnten weitere Tiefkurse oder weitere Verlauftiefs folgen. Eben und im Hinblick auf dieses Chartbild, also auf den Dow Jones, wäre hier definitiv auch ohne dass jetzt hier das wirklich bärisch nach unten komplett aufgelöst wird, eben auch noch einen zweiten Move bis eben an diese Marke eben möglich. Und dann würde der DAX eben auch nochmal vielleicht ein neues Verlaufstiefs machen oder vielleicht nochmal die 10.820 touchieren. Mehr kann ich im Moment nicht zum DAX sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich melde mich nochmal entweder per Setup oder nochmal per Video vor der US-Eröffnung. Danke.